Ich muss zurück nach Lost Lake. Ich muss nach Norden. Ich kann Rosa retten. Ricky, Iron Maike, aber ich kann Sarah nicht retten. Ich kann Sarah nicht retten, aber die anderen... Es tut mir leid, Sarah. Es tut mir leid, aber ich werde nicht aufgeben. Ich finde einen Weg. Ich werde dich später holen. Ich weiß, ich werde dich später holen. Ich muss nach Norden. Über den Sentium Highway. Jetzt geht es. Es ist der schnellste Weg. Sentium. Hier lang. Norden. Kontrollpunkt. Scheiße. Der war hier vorher noch nicht. Es gibt keinen Weg drum herum. Ich dachte, da war das. St. John! St. John! St. John! St. John! Soll ihn sofort erschießen! St. John! St. John! St. John! Soll ihn sofort erschießen! Mach ihn fertig! St. John! 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 Da sind Menschen! Da sind sie. Oh, oh, oh. Das war's für heute. Los, Jungs. Hier lang. Der Tunnel ist frei. Das war die Miliz. Danke, Skizzo. Oh, verdammt ihr. Nein, Euro-Control kommt übernommen. Das wird ein heftiger Kampf. Komm, Sean, bringen wir es hinter uns. Dann! Nimm den Schlag mit Hilfe! Komm, Sean! Komm, Sean, ihr Mistkerle! Den hier hat er! Der Bastard, der geht mir verdammt nochmal aus dem Weg! Der Bastard, der geht mir verdammt nochmal aus dem Weg! Der Bastard, der geht mir verdammt nochmal aus dem Weg! Der Bastard! 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 fighting Untermöglichkeiten Los, Mann, wenn sie kommen. Dick, weißt du das? Ja, bring sie hier rein, verdammt. Ey, die bringen die Verletzten rein. Buse! Dick, du bist gesund und bunter. Nicht im Mund gebrauchen. Bring sie rein! Los, verdammt! Los! Scheiße, pass auf! Ich komme, Buse, ich bin fast da, aber... Ich gehe so. Ich gehe so. Er ist da, Buse. Er ist hinter dir her. Sie, sie versuchen es durch das Tor. Los, los! Los! Soll er kommen, Dick! Soll er kommen! Buse! Ah, du... Rikki, Lost Lake Camp, kommen! Rikki, Iron Mike, kommen! Scheiße! Dick, du lebst noch! Schizo sagte, du wärst tot. Finde Schizo, verdammt! Und Iron Mike! Rikki, rede mit mir! Was ist da los? Was? Hey! Hey! Sie hauen ab! Sie fliehen! Wir haben sie! Wir haben sie! Wo ist Schizo? Hat jemand Schizo gesehen? Wir schaffen es! Genau, Kumpel! Ihnen da! Lasst ihn nicht entkommen! Kötet jeden Einzelnen von ihm! Wo zum Teufel ist Schizo? Hach von uns haben ihn gesucht, ohne Erfolg! Hey, kommt! Wir müssen los! Keine Sorge! Wir finden dieses Arschloch! Dick, Gott sei Dank! Komm! Rikki, was ist los? Iron Mike! Er wurde angeschossen! Hey, du fauler Mistkerl! Ich wollte fragen, ob wir angeln gehen. Das Camper hat Hunger. Hast du sie gefunden? Gefunden? Deine Lady? Ja, sie ist gleich da draußen. Sie? Sie ist hier? Ja. Ja, hast du was? Das hätte ich nie ohne deine Hilfe geschafft. Okay. Okay, gut. Gut. Ich will sie sehen. Sie muss ja eine tolle Frau sein. All das durchzustehen. Wie meine Elisabeth. Okay, okay. Hier, Mike, hier. Mike, bitte nimm das hier. Nein, nein, ich will jetzt nicht. Ich will das nicht können. Hier. Vorsicht. Ich lag. Ich lag. Ich lag falsch, Dick. Nein, nein, nein. Wir kriegen das wieder hin, Mike. Wenn du wieder auf deinen Beinen bist, dann machen wir beide... Ich lag. Ich lag falsch. Ich lag falsch. Tu, was du tun musst. Um, um, um. Du musst das keinem schützen. Riki. Ja, ich bin hier, Mike. Ich bin hier. Mike? 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 Es fällt mir schwer, das zu sagen. Iron Mike ist tot. Ja, er wollte, er wollte Skizze aufhalten, als die Miliz sich zurückzog. Und wie Iron Mike nun mal ist, wollte er mit ihm reden und... Okay. Ja, ich... Ruhe! Gottverdammt! Das wird keine Rede. Iron Mike würde das nicht wollen. Wir... Wir haben keine Zeit dafür, weil... Weil die, die wir heute getötet haben... Es gibt mehr von ihnen. Viel mehr. Ich war in ihrem Camp. Ich hab ihre Armee gesehen. Und wenn sie wiederkommen, werden sie jeden Einzelnen hier abschlagen. Es sei denn, wir greifen zuerst an. Hey! Hey, Ruhe! Seid jetzt ruhig! Hört ihm zu! Iron Mike hat ihm vertraut. Also solltet ihr ihm auch vertrauen. Nein, nein, tut mir leid. Hört mal. Ich kann das nicht. Ich bin nicht Iron Mike. Ich bin ein gottverdammter Drifter. Du hast recht. Auf Wiedersehen. Nein, ich werde nicht gehen. Sieh mich an. Hört schon. Okay. Ich sag, Buser soll zu meiner Hütte kommen. Okay, also das hier hab ich in einem Bunker gefunden. Warte, ist das... Ja, ja. Wir brauchen einen Truck, das groß ist. Sowas wie ein Kipplaster. Und den beladen wir mit, äh... Moniumnitrat? Ja, dazu kommen ein paar hundert Liter Kreosont. Eine riesige Düngerbombe. Das ist dein Plan. Oh mein Gott. Die Miliz hat die gesamte Insel zu einer Festung gemacht. Ich hab die Zivilisten in den Höhlen, du hast die Arbeiter und die, die als ungeeignet für den Dienst am Camp gelten. Und du hast das Waffenlager und die Garnison direkt am Haupttor. Schlagen wir da zu. Treffen wir die Miliz direkt ins Herz. Was ist mit Sarah? Na, ich sehe. Ist in den Höhlen. Der Colonel nennt es die Arche. Woher weißt du, dass sie nicht einfach alle umringen? Sarah, Sarah und all die anderen. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die Explosion wird so viel Verwirrung und Chaos verursachen, dass ich da reinkomme und sie rausbringe, bevor sie was merken. Hör zu, es geht hier nicht mehr nur um Sarah. Der Colonel hat uns allen den Krieg erklärt. Und er hat eine ganze Armee hinter sich. Iron Mike und die anderen sind nur die ersten Opfer in diesem Krieg. Und es wird ein kurzer Krieg, wenn wir nicht zuerst zuschlagen. Ich sag dir nicht, dass es ein guter Plan ist. Nein, das ist ein beschissener Plan. Machst du mit, Bruder? Oh. Dann bin ich dabei. Okay. Tja, wir werden das nicht allein schaffen. Okay, wenn noch irgendjemand mitmachen will, greift ihr beim Südtor an. Denn nach der großen Explosion wird die gesamte Miliz bestimmt zum Haupttor laufen. Gut, wir brauchen ein paar Sachen. Ja, doch, Knall. Wie geht's voran? Zurück. Hey, Dick. Hey. Was ist das? Oh, frag ihn. Tja. Der Truck ist groß wie ein Panzer, ja? Ich dachte, machen wir ihn doch zu einem. Heilige Scheiße. Ist das fertig? Na, mal sehen, Dick. Hey. Oh, ja. Er ist bereit. Belahmen wir ihn. Ich weiß, wo wir Kunstdünger herkriegen. Ich funk dich an, wenn ich bereit bin. Okay. Okay. Hey.